Moin meine aktiven Freunde und schön, dass ihr wieder NG schaltet habt, jetzt nur ein Video von mir. Jo meine lieben Freunde, heute gibt es noch ein Update Video zur Terrassen, sondern heute gibt es ein Vorher beziehungsweise ein Nachher. Was? Nein, heute gibt es ein Frühjahr beziehungsweise jetzt an den Terrassen, aber jetzt, let's go! Ja genau, wie viele nicht gewusst haben, habe ich früher auch schon eine Terrassen gehabt, ja richtig. Früher habe ich, wie man da eben sieht auf die Früher gerade, eher kleinere Terrassen gehabt, die halt nicht so geil waren. Wie man da sieht, ist es sehr, sehr grün und fermoß, das heißt, die Bregungen haben nicht mehr gehalten und waren einfach nicht mehr stabil. Und so habe ich mich entschieden, den Frühjahr, ich mache eine neue Deraus, eine richtig geilere, viel, viel größere. Nächste Woche, Freitag, 18 Uhr. Auf jeden Fall wieder einschalten, da kommt eben das neue Video vor der Terrassen, eben das erste Update Video. Danke, dass ihr mir das Video angeschaut habt, ich würde mich auf jeden Fall sehr überein freuen und einen Daumen hoch, wäre auch richtig geil. Wiederschauen und reingehauen. Wiederschauen und reingehauen. Vielen Dank.